so das wird das fünfte trophäe erhalten war er hält so dann guck mal beim okri shop ich möchte das tun ich nicht noch einmal machen weil ich bin einmal gestorben aber nur lehm so item herstellung so wir wollen 50 das heißt zehn fehlen noch das muss eigentlich bedeuten dass die 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 organisationstyp ist nichts damit zu tun haben weil dann müsste er nämlich ja noch 47 oder so stehen erst 13 pilzer vielleicht und dann mal es gibt gedächtnis und die dingens materialien in der einen höhle jetzt wäre es natürlich cool zu wissen welche uns fehlen ja bis mit das herausfinden können wir doch mal die postteile holen die frage wie wollen das regeln ob das einer belegt macht wo das ich guck mal als ich weiß aufwendige dächtnis material in der kopf glaubt gibt es drei oder vier stufen die finden man ausschliesslich änderte bei den gegner in der ein höhle der mir noch kommen da wird man wahrscheinlich die dann zuerst machen doch hier ist eine liste ich habe eine liste gefunden welche gegner welche sachen droppen und wo man die findet auch hier sehr gut also anfang macht weil davon haben wir nur noch ein teil und ich weiß wo das ist dann sammeln wir jetzt ein paar puzzleteile und sobald wir das nächste mal share play wieder neu machen müssen gucken wir mal nach den materialien weil ich glaube in der gedächtnis höhle sind wahrscheinlich einige davon speichern scheiß drauf gegner scheiß drauf und zwar erinnert ihr euch an das eine teil das jetzt im nächsten gebiet aufgetaucht und zwar müssen jetzt vom höchsten punkt hier bleibt denn ich muss mal schauen wer das ist denn bis netz bis ganz nach hinten gleiten aber wahrscheinlich zuerst noch den doppelsprung wahrscheinlich noch machen damit es geht wenn du bist auch gegen ein haus geklatscht deshalb so von da aus das sollte ja wunderbar noch mal in slow motion ok da wollte ich jetzt eigentlich nicht raus so jetzt bleibe ich einfach hier in der schwebe so dann haben wir das die nächste welt auf unserer acht da sind noch drei weitere stimmt ja ich hab mich schon gefragt was du mir erzählen willst was ich hab du wissen was genau alles sind dass er eines weiss ich noch fliegen einfach mal durch die gegend irgendwann findet mit teile schon irgendwo was ich weiß beim anwesend waren zwei ja auf diesen auf diesen stein säulen das im haus habe ich auch geholt wo wir erst nicht dran kamen das daten hast ja da habe ich gerade gesagt das habe ich geholt aber da bin ich jetzt nicht noch mal rein gerannt was soll ich gerade schauen aber ich glaube in der datenwelt war glaube ich noch eins ok da war es wahrscheinlich das hier das habe ich anscheinig geholt da gibt es hier irgendwo noch eins das ich übersehen habe da kommst du nicht rein da haben wir in der datenwelt keines übersehen also zurück es hat jetzt wie eine natel im heuhaufen suchen aha mal gucken ob schädetat da auch eine lösung für hat sollte vielleicht nicht hier diese seite davon nutzen sondern eine andere das da schon mal puzzle okay hier ist zwar was moment zwei leitzaun im ankleide zimmer des turms also das habe ich ähm das allererste herz was haben wir ne herz haben wir alles fertig das hoffentlich zwiespalt haben wir hier auch zwei leitzaun ähm nein ätz zwei leitzaun bahnhofsplatz nördöstlich neben den eingang zum bahnhof könnten wir haben dann ist da auch noch tram forum auf einem dach eines der nördlichen gebäude ok das könnte vielleicht fehlen also wenn ich da hier sind sind es auf jeden fall die letzten dann guck mal beim tram forum ich will eigentlich doch nur drauf auf den dach eines der nördlichen gebäude dann haben wir das wahrscheinlich dann gucke ich mal dann haben wir das okay dann gucke ich mal ähm guck jetzt mal im abendrot noch einen moment 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 gliter fahrerlich teils von datter sondern wir auch transform auf dem dach der mokris schmiede einkaufspromenade kapselraum herren aus empfang aber es steht nichts von dem hügel der abendrotzviertel bitte spiel macht kein strich durch die rechnung das habe ich nichts von auf der seite gelesen ne sehe ich jetzt auch nichts okay das wird noch schwieriger als angenommen weil die einfach irgendwas sind habe ich da beim bahnhof man sieht ja auch so super gut welche man schon eingesammelt hat und welche nicht die betreibung ist ja richtig herrlich dafür dann mal zum hauptbahnhof wir sind ja beim hauptbahnhof ich gucke noch mal irgendwas war hauptbahnhof habe ich ja gerade gelesen bahnhofplatz nordöstlich neben dem eingang zum bahnhof das wäre wahrscheinlich hier das war das wahrscheinlich an der einen wand was wir da gefunden haben das am tram forum scheinen wir dann auch zu haben auf dem dach eines der nötigen gebäude gut dann gehe ich mal zum morgengrauen also da hatten wir wo haben wir das herrenhaus empfangshalle gleiter erforderlich das haben wir twilight town datenversion herrenhaus computerraum haben wir auch twilight town tram forum auf dem dach der mokris schmiede über die tram erreichbar das vielleicht oder vielleicht doch nicht es ist jetzt einfach das blöde das blödste tutorial was es hier gibt es ist doch nicht so ein tutorial ja er beleidigt tutorials die es nicht gibt wow über den mokris schmiede was wäre das hier das scheuen wir auch zu haben dann wäre das nächste einkaufspromenade erfordert gleiter und luftstrom das haben wir ja auch das hast du gerade geholt dann noch twilight town herrenhaus kapsel raum und empfangshalle die haben wir doch auch dann bin ich noch blind buddelt heilen buddelt heilen die die war die wenn man wenn man wenn man im herrenhaus in der datenwelt ist kommt man da auch noch mal in die empfangshalle zurück das ist so eine daten empfangshalle gibt weil das wäre meine einzige idee die ich jetzt noch zum herrenhaus hätte und wenn wir mal nahm der welt oder mir lassen die beteilig sein doch so und jetzt allerdings warum schreiben die dann da zweimal herrenhaus bei schädet hals ja wieso da werde ich auf jeden fall von haben bei den pfaden suchen dann lasst mir das glaube ich ja lassen wir wenn wir mache ich das für mich weil ich werde das brief auch bei meinem spiel statt machen müssen dann würde mir mal sagen da wird mir mal die höhle bei holo bei raid in garden untersuchen die ja freigelegt worden ist das kommt dann wieder keine übernehmen soll eigentlich sein gebiet oder der erinnerung und dort sollte man auch die gedächtnis und die andere materialien kriegen sehen wir dann tut mir leid wegen dem puzzle teile es tut mir echt leid ich würde es auch gerne zeigen aber wenn die beschreibung sowas von null nützlich ist ich kann mich an keine höhle das geheimnis oder wieder ding heißt erinnern ist die neu die gibt es eigentlich nur in der fanden mix version ok interessant hier beim seiteneingang ok das dort jedes loch hatte das noch habe ich mittlerweile vollkommen vergessen ich kann die eine druhe holen mit dann später zuerst kommen wir uns in die materialien ok mit diesen dingern kann man seine drive leistung füllen alles klar die wird man auch auch brauchen um hier durchzukommen teilweise ok aber ich kann es nicht genau sagen für mich ist das blind für mich auch wow gut also da sieht man auch einige elemente die einem ja auch ein bisschen bekannt vorkommen Puzzletäule ja nicht so wie Puzzletäule vor allem auch einige Türen die man eigentlich auch vom krassen Oblivion gewohnt wo haben wir zum beispiel diese Türen dort oben aha und von den Gegnern hier kann man nämlich eben die materialien droppen oder auch in Kisten finden und zwar auch nur ausschliesslich hier ui nämlich die Erinnerung später und der das gleiche au 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 Ja, natürlich. Halt ja. So, da haben wir schon ein Gedächtensspritter. Das ist schon mal eins von den Seelen. Alter! Oh, Freund. Gedächtensspritter. Da, Gedächtenstropfen, das wäre schon mal das zweite. Okay, warum kann ich denn keinen Schaden machen? Ah, okay. Hä? Ich kann wahrscheinlich auch die Materialien von den 13 Pilzen dazu zählen. Ob es jetzt mal nicht. Was ein Krampf gerade. Und am Schluss, wenn wir noch keine Materialien haben, können wir da mal abgleichen. Die Materialisten. Mhm. Und auch welche die fehlen und wo sie genau sind. Das heisst, ich werde jetzt mal privat für mich auch die Seite Shaded Hearts öffnen. Mach das. So, hopps. Ich kann mir dann bei der nächsten Woche einen Abgleich machen. Mhm. So, noch ein Abilitamin. Beständige Vision. Ja, das kriegt man auch hier. Ich dachte schon, was ist denn das da drüben? Das sind nur Donald und Goofy. Okay. Das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt, ey. Oh, drei Abilitamin schon wieder. Boah, so high. Jetzt hat er 150. Keine Pokémon, keine Sorge. Mag ich schmieden da. So, dann wollen wir doch mal durch die Tür gehen, oder? Mhm. So, jetzt hätte ich jetzt auch bereit. Mühlen-Schacht. Tiefes Gedächtnis. Dann spielt sich das wahrscheinlich alles in Gedanken ab, oder wie? Da zum Beispiel an dieser Stelle auf der Fall zu kommen, braucht man jetzt eben einen sehr hochgelevelten Sprint. Upsa. Oh, wir sind durch. Aha. Wann musst du den Ball zurückschleudern? Ich weiss nicht, was auch die Türen ist, aber die Leute haben das eben in unseren Erinnerungen gespielt. Hör ich jetzt mal davon aus. Ouch. Au. 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 Es ischt. So, jetzt... Jetzt haben wir zwei Durchgänge. Einmal... Also nein, das haben wir ja schon. Da sind wir ja hergekommen. Ich will hier unten gucken. So. Da können wir wieder hoch... Okay, das ist nur damit man da wieder hochkommt. Alles klar. Ja. Ohhhh. Die Tür oder der Durchgang? Okay, von da sind wir gekommen. Ach, da ist eine Ruhe. Gedächtnis-Steine. Nein. Ah, ja. Ach so, jetzt hat mir glaube ich die Abkürzung geschaffen. Jetzt bin ich durch den umständigen Raum. Die Frage ist, führt dieser Gang zu der Tür oder? Nein. Das ist wieder ein neuer Bereich. Ja, da drehen die Ventile. Öffnen alle drei gleichzeitig. Ähm. Wie machen wir das? Hm. Regenerieren sich. Okay. Okay, das... Ich dachte... Das ist mit Feuer. Nein, bringt auch nichts. Oder doch? Das erste Tret schon. Ach so, da muss man wahrscheinlich alle angreifen, bis sie sich komplett regenerieren. Vielleicht ist das da mit gemeint. Ja, genau. Ich hätte nämlich nicht gewusst, wie ich die alle drei gleichzeitig treffen sollte. Die Beschreibung ist doch wirklich vollkommen weird. Jetzt hat sich... Wow. Was ist das für ein Dungeon, ey? Ja. Ja. Aber wahrscheinlich mussten wir hier zuerst rein, damit wir hinter der Tür irgendwie was machen konnten. Stimmt. Das wird doch klären. Na gut, aber ich würde sagen, bevor wir weiter hier erkunden, machen wir das Share-Play neu. Jo. Okay, dann bis gleich.